Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück beim Minecraft Let's Play. Ich muss jetzt gerade mal, ähm, wieder diesen Erdhügel hier abbauen. Und was hatten wir denn gemacht? Ähm, wir hatten uns die Zäune gecraftet und uns Stein geholt, damit wir die Mauer bauen können, ne? Genau, so, ich baue hier gerade mal eine Fackel hin, damit ich was setze, äh, sehe. So. Oh, da, eine Stein und die wunderschöne Minecraft Musik im Hintergrund. Und hier werde ich dann gleich eine Brücke drüber bauen. Am besten mache ich das jetzt gleich, ähm, ganz vorsichtig. So, 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 da unten ist Eisen, da muss ich unbedingt hin. So, 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 so. Oh, schon fertig. So, ähm, und hier, jetzt mache ich da am besten so zwei Steine. Aber die Brücke soll schön sein, denn ich habe vor, hier drüben dann so ein Dorf zu machen, das dann in so eine Eiswüste übergeht. Äh, und dann gucke ich mal, ob ich einen schönen Mod finde für Schlitten und so weiter. Vielleicht muss ich mir den sogar selber schreiben. Wer weiß, was nicht noch alles kommt in diesem, in dieser Serie, in dieser Reihe. Ach ja. Ich habe es heute geschafft, richtig lang auszuschlafen. Ich habe es bis drei Uhr ausgehalten. Also nicht nachts, sondern mittags. Das war schön. Aber naja, ähm, so, jetzt ziehen wir hier mal die Wände. Und das Stück ist zu Ende. Ach nee, doch nicht. Äh, es macht ja keinen Sinn, dass ich hier jetzt eine Wand setze, wenn da die Brücke sein soll, ne? Naja, egal. Ich bin halt unlogisch. Ähm, verdammt. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Dann mache ich mir eine. So, Spitzhacke. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Und da haben wir sie. Alles vorbei, oder so. So. Einmal weg damit. So, jetzt geht das nämlich auch schneller. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. Äh, da. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. So. Wo mache ich denn die Tür rein? Am besten mache ich die Tür gleich zur Brücke. Und die Tür kann ich mir auch gleich craften. So, wo ist die Brücke? Die Brücke ist hier. Das ist also nicht schön mittig. Verdammt. Na ja. Aber ich will das schön mittig haben. Also mache ich die Brücke nur eins breit. Dann mache ich die Brücke nur eins breit. Ähm. Ist sowieso unsicherer. Verdammt. Jetzt fällt das alles in die Lava, ne? Scheiß. E. Au. Verdammt. Aua. Scheiße. okay. So. Jetzt kann ich mich hier spaßhalber einfach mal hochbauen. Äh. Und das ist ganz lustig. Denn... es ist total nutzlos. Und guck mal. Man sieht die Wolken hier lustigerweise auf der Erde drauf. Und schwuppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-du-duppani-du diabイ ach, scheiße so spät schon ich muss ja gleich ins Bett 5 nach 9 nein, ich muss nicht ins Bett ich geh dann ins Bett, was ich will ich bin ein Rebell so, da sind wir gleich wieder oben und dann bauen wir jetzt schleunigst die Brücke und zwar diesmal ohne runter zu fallen ich werd eh wieder total failen und runter zu fallen runter fliegen deshalb hab ich jetzt 8 akkadischen Halsbretter nein, ich baue jetzt erstmal das Haus fertig einmal auf die Werkbank gehüpft und da und dann gehen wir mal, ist hier irgendwo eine Wüste in der Nähe nein, da ist keine Wüste in der Nähe ok so mach ich noch eine dritte Reihe ich glaube fast, ja ja, ich mach noch eine dritte Reihe drauf und dann können wir auch schon das Dach bauen und für das Dach brauchen wir dann Steintreppen obwohl Steintreppen sehen eigentlich scheiße aus auf dem Steinhaus ähm ich geh mal gucken, wann's Tag wird äh ok bald, also in ein paar Stunden ist es Tag in ein paar Minecraft Stunden und dann mach ich so lange noch diese keine Ahnung, wie heißt das eigentlich ich weiß jemand, wie das heißt dann soll das bitte in die Kommentare schreiben dieses Dachteil hier der Fürst ist das ja nicht das ist ja das Ding da oben drauf Fürst schreibt man übrigens mit I ähm, und nicht mit Ü heißt ja nicht Fürst der Fürst ist jemand anders Fürst was gibt's dann heute zu essen oh leckere Fürstchen hohoho ja, genau ähm, so, jetzt haben wir das komische Dachding gebaut und zwar nicht den Fürst äh, was ist denn das für ein Punkt? was ist denn das für ein Punkt? das Holz hat einen Leberfleck, finde ich lustig äh, 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 äh da gehört nämlich der Ast rein, hohoho so, und jetzt geh ich Holz holen ähm, aber ich mach vorher noch eine, äh, einen Bewebungsmelder an mein Haus aus schönen Fackeln und zwar mach ich das auch noch hier hin und hier hin und random einfach dahin damit ich mein Haus wieder finde und ich hoffe da hinten ist überhaupt noch Holz weil ich war ja schon mal abholzend aber ich glaube nicht da hinten ähm, so, und ich hab mich jetzt entschlossen der Schnee sieht komisch aus äh, ne, da hab ich mich nicht entschlossen ich habe mich entschlossen die Wolken sehen geil aus äh, ja, ist jetzt sag doch eigentlich, was du sagen willst ähm, was ich sagen wollte ist ich habe mich entschlossen jetzt, äh, am Stück aufzunehmen und dann einfach, äh, den hatte ich doch gestern schon erzielt ähm, nacheinander hochzuladen so, da haben wir die schönen Wolken es sieht irgendwie aus, als wär's Tag aber es ist doch ach doch, es wird Tag es wird Tag geht da die Sonne auf? ne, ne, da hinten geht die Sonne auf lass den Sonnenaufgang mal ansehen ich find den immer noch sooo schön wie ein Hund von hinten schon wieder niveauvolle Witze hier so, hallo Sonne oh, jetzt ist er fast vorbei lass mich dich schlagen Sonne disch, disch, disch oh, da hinten ist ein Wald da sollte ich dann auch mal demnächst hin und ich springe jetzt runter und tue mir dabei weh au au, warum tut das weh wenn ich von so hoch runter springe? geht das nicht anders? anscheinend nicht so, wo war denn der Baum den ich angefangen habe? egal, ich haue jetzt einfach alle Bäume ab oh, ein Pilz ist der giftig? nein, ist er nicht auch wenn es so aussieht ähm sind wir ja auf Wolke 7 oder warum sind die Bäume hier äh, umgekehrt? so, jetzt haben wir wieder ein bisschen Holz da oben geht es noch weiter geht es noch weiter? nein, geht es nicht noch weiter so, und jetzt wo ist mein Haus? wo ist mein Haus? wo ist mein Haus? ich brauche aber noch Holz ich will nur wissen, wo mein Haus ist mhm jo, ähm mein kleiner Bruder war noch gerade drin und hat mir was gesagt ähm so, wo ist mein Haus? wo ist mein Haus? mein Haus, mein Haus, mein Haus mein Haus wo ist mein Haus? wo ist mein Haus? wo ist mein Haus? wo ist mein Haus? scheiße aus die Haus, äh Maus hä? ah, da ist mein Haus ok, da hinten ist mein Haus und ich wollte eigentlich ein Haus auf dem Berg haben ne? naja, dann ist das da unten mein erstes Haus und das hier oben wird kein Haus was ist das da hinten? da will ich jetzt hin das ist ne Eiswüste oder so da geh ich jetzt gleich hin wenn ich genügend Holz hab ähm au 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 oh ja, Kühe komm, lass mich, lass mich Kühe schlachten genau der Optifine Mod macht das auch wenn das im Texturenpaket drin ist stirbt Kuh ähm dass die Kühe unterschiedlich aussehen guck, die hat zum Beispiel das Sohnfell und die hat das braun-weiße Fell so ein Milka Fell ähm und jetzt hab ich auch XPs bekommen wunderbar, jetzt lasst mich euch alle töten äh denn Kühe verschmutzen die Umwelt hab ich gehört die stoßen Methangas aus und das wollen wir hier in der Welt nicht denn Methangas nein, Methangas stinkt nicht äh für zu stinken aber Methangas nicht aber ist trotzdem schlicht ähm so, jetzt hab ich auch wieder Samen und keine Axt mehr ähm es geht mir auf die Axt, dass ich keine Axt hab welche Axt denn? hahaha ähm und jetzt hab ich wieder Holz sollte erstmal nicht reichen für die Brücke aber ich muss trotzdem äh zurück nach Hause und mein Zuhause ist wo ist das Zuhause? wer wird Millionär? warum hab ich das gerade gesagt? ich weiß nicht, egal ähm sooo jetzt gehen wir mal zurück 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 nach Hause das klang irgendwie rechtsextrem jetzt klang rechtsextrem oder linksextrem oder extrem geradeaus oder was auch immer da ist noch ein Sabling 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 ähm Sabling Sabling hört sich an wie irgend so eine Firma I'm on the search of my house das war total das falsche Englisch muss ich gerade auch umsehen Alter gibt's das? da ist der Berg dann ist es dahinter ja da ist es wunderbar und ich glaube ich pflanze mir jetzt mal ähm jo ich hab vier Bäume dann pflanze ich mir jetzt mal vier Bäume dann hab ich nämlich äh das Holz immer gleich in der Nähe meines Hauses und dann ist das alles wunderschön sooo und da ist die Brücke und die werde ich jetzt mal zimmern ähm schwuppdi-duppdi dubdi schwuppdi 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 so jetzt haben wir hier eine gefließte Brücke schwuppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi-duppdi und da kommen dann Treppenstufen hin und jetzt bauen wir hier ein Geländer und hier ein Geländer na du Kuh komm mal her ich geb dir mal Flugunterricht tsch uuuu oh mein Gott es gibt ge- da unten ist gegrilltes Fleisch das will ich haben aber nicht jetzt ähm da und da so jetzt haben wir hier das eine Geländer und keine Stöcke mehr doch zwei Stöcke haben wir das reicht aber leider nicht jetzt haben wir sechs Stöcke glaube ich jetzt haben wir sechs Stöcke das reicht für einen Zaun ne für zwei so dann haben wir immerhin das eine Geländer jetzt schon mal fertig und dann kann ich gleich mal Rohstoffe sammeln gehen scheiße das war falsch ähm so jetzt haben wir das eine Geländer und hier kann man runterfallen aber hier unten ist Wasser relativ gut dann gehe ich jetzt mal ähm kacken weil ich noch Akazienholz habe ich wollte sagen weil ich keine Stöcke mehr habe äh aber ich habe ja noch Stöcke dann mache ich mir jetzt Stöcke und aus diesen Stöcken mache ich mir jetzt Zäune und ich brauche vier Stück also zwölf Teile und dann habe ich noch genau welche für eine Axt äh aber leider kein Holz also eins zwei drei vier scheiße das war falsch yeah ich mache alles falsch denn das Leben ist so schwer so ähm scheiße ich habe nicht mehr genug Stöcke ich habe ja noch 64 Holz willst du mich eigentlich verarschen ich habe das nicht gesehen gut dann habe ich auch genug für eine Axt ist auch wundervoll äh acht sechzehn Stöcke haben wir hier dann haben wir jetzt die Brücke auch fertig den Prototypen den Brototypen da der bei dem Typ da gibt es immer Brot weißt du weil das ist der Brototyp aha aha ich liebe solche Wortspiele so ähm ist das symmetrisch ist das symmetrisch das ist symmetrisch hier ist das nicht symmetrisch jetzt ist das hier symmetrisch nein es ist nicht verdammte Scheiße oh ich dachte da ging es tiefer runter aber jetzt ist das hier symmetrisch warte jetzt ist das hier symmetrisch und ähm ähm jetzt mache ich mir eine Tür einmal so und dann können wir auch bald die Zombies mal anschalten ähm ich drehe die Tür mal von außen hin es war ja mal früher so dass man dann durch die Türe Zombies schlagen konnte äh also man konnte drinnen stehen und hier so durchschlagen das geht leider nicht mehr weil ich meine wer kann schon durch eine Tür schlagen ne also da ist Minecraft etwas realistischer geworden ähm aber leider nicht so realistisch so ich glaube hier mache ich so ein 3er Schlitzfenster hin wie in so einem Atombunker ähm oder ja ich glaube ich mache das so hier erstmal so das sieht doch schon etwas heimeliger aus so jetzt wird die Tür wieder weg gehen so ein Scheiß ähm und hier mache ich eine Steinschwelle hin diese Schwelle wird scheiße jetzt zieht die Tür schon wieder falsch rum sorry äh I have geflugt disch kaputt so und jetzt will ich mir endlich meine Axt machen verdammte Hacke ich finde das lustig es gibt verdammte Hacke und verdammte Axt und aber es gibt nicht verdammte Schaufel oder? oder verdammter Spaten gibt es auch nicht jetzt was mache ich jetzt? jetzt sage ich jetzt so jetzt habe ich eine Steinaxt ähm und ich glaube ich mache mir noch eine Steinschaufel damit ich schneller Erde schaufeln kann und dann mache ich mir einen Dönerspieß nein ähm ich gehe jetzt einmal hier runter scheiß falsche Seite aber wozu gibt es eine Brücke? äh ich gehe jetzt hier in die Schlucht und bau mal ein wenig Höhne wow ganz knapp ein wenig Rohstoffe ab so und